In diesem Video zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie auf Ihrem Horizon HD Recorder die Replay-Funktion aktivieren. Drücken Sie Menü auf Ihrer Fernbedienung. Gehen Sie zur Mediathek. Wählen Sie dann Apps – Beliebt. Wählen Sie anschließend die App Replay aktivieren aus. Die Nutzungsbestimmungen finden Sie hier. Sie können nun Replay aktivieren. Wählen Sie dafür Aktivieren aus. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Replay erfolgreich aktiviert. Ab sofort werden alle für Replay verfügbaren Sender aufgezeichnet. Bitte beachten Sie, dass Sendungen erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung aufgenommen werden. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Replay. Weitere Informationen erhalten Sie unter upc-cablecom.ch www.to-geld.ar-support www.to-end.ar-support www. реш-odd.ar-support Vielen Dank.